Da müssen wir mal gucken, ob wir dann Fundamente oder so hier bauen müssen. Acht. Muss an einem vorhandenen Bauteil angebaut sein. Achso, hier an sowas muss das hier. Wenn ich das jetzt mit Shift und Maus hatte, kann ich nichts machen. Dann bringen die so erstmal nichts. Ich probiere es einfach mal an so einem Ding hier aus. Okay, das gibt dann so ein Dreieck. Aber eigentlich ganz cool. Wenn wir in der Mitte vier Fundamente bauen. Fundamente. Ich gehe mal kurz ein paar Steine holen. Das muss ja eigentlich ganz schnell gehen. Wollen wir kurz mal ein Inventar holen. Zwölf Steine, Alter. Ist das geil. Und Eisenstein bekomme ich aus normalem Stein raus. Boah. Das hast du ja vorher auch schon gehabt, ab und zu. Jaja, aber jetzt... Jaja, okay. So eine Rinde brauchen wir auch gleich. Alter, direkt mal 200 Steine gemacht. Also den Ofen werden wir schnell kriegen. Mal hier ein bisschen Rinde rausholen. Ne, mehr Bäume gibt es gerade hier nicht. Machen wir noch die Steine voll. Machen wir jetzt eine Spinne. Komm, ich kloppe die mal weg. Wir haben jetzt ein geiles Schwert. Komm her. Vier Schläge für eine Spinne. Oh, sehr fein. Alter. Ich habe 26 Wildfleisch bekommen aus einer Spinne. Krasser Shit. Ah, jetzt hat es geklappt. So, ne, jetzt hat es nicht... Oh, sieht der Scheiße aus. So, ich mache gerade vier Fundamente. Hier müssen wir mal gucken, dass wir die hier irgendwie... Oh, hier fallen Steine. Der Krax ist da auf dem Dach rum, Alter. So, ich mache das aber schön schräg. So schön, dass es passt. Eins, zwei, drei, vier. So, dann müssen da vier Öfen drauf passen. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die... ...elemente irgendwie cool da hinbekommen. Okay, wir brauchen mehr davon. Was fehlen denn noch? Eins, zwei, drei, vier. Vier Stück. Ähm, vier Stück, vier Stück, vier Stück. Nur drei herstellen. Warum? Was fehlt dann? Steine. Steine, 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 Steine. Ja. Aber bei dem Spiel hat man... Boah, ist das eine Riesenspinne? Ah, ne, die sitzt da auf dem Felsen. Da könntest du eine Riesenspinne. Komm, ich hau die mal weg. Hau weg mit dir, du Kackvieh. Brauche ich nicht mal looten. Wir müssen doch in die Höhlen dann beide mal reingucken gehen. Was ist dein Werkzeug zum Ernten aus? Was? Ich will dir das ganze Faserwicht mitnehmen. So. Holz und Rinde. Meine erste Eisenpicke ist bald schon kaputt. Das ist krass, dass man dann immer Eisenbarren dabei haben muss zum Reparieren. Also das ist dann schon anspruchsvoll. Da muss man auf jeden Fall... ...ähm, immer genug tragen können. Also Belastungsskillen ist dann angesagt. Nach links geneigte Sandsteinmauer. Die Dinger muss ich dafür herstellen. Shit. So. Da kann ich nichts mehr lernen. Ich muss das Dach an den Ecken da ein bisschen warten die nächste Zeit. Na gut. Genau, was zu essen. Steak. So. Wildfleisch können wir auch mal hier rein tun. Mal grillen, wenn man was braucht. Ansonsten das andere Fleisch einfach wegschmeißen. So. Was macht das Leder? Da haben wir noch zwei drin. Machen wir noch die restliche Rinde hier rein. Aber ich hab 62... Ich hab doch Eisenbarren dabei sogar. Okay. Egal. Egal. So, Steine sammeln. Ich geh mal Öf braun. Ich sammel Steine. Mach mich mal ein paar Mal voll. Und setz mal vier Öfen da hin. 540 für einen Ofen. Das ist schon viel, ey. 540 Steine, Alter. Meinst du, wie lange ich da gefarmt hab ohne die Eisenspitzhacke? Das hat ewig gedauert, ey. Was glaub ich dir, ey. Leute sind wahrscheinlich vom PC eingeschlafen bei den Folgen. Ja. Kann ich dir aber... Kann ich dir aber... Mehr Leder erforderlich. Ich brauch sogar Leder um das. Okay. Scheiße. Ey. Dann muss ich jetzt mit der anderen Spitzhacke weitermachen. Ich brauch jetzt immer Leder, ey. Alter. Also wir müssen demnächst mal schön Leder farmen. Hast du dir schon ein ordentliches Schild hergestellt? Nein. Ich kann... Waffen kann ich nicht. Die musst du machen. Ja, okay. Dann... Holz. Okay. Den ersten Ofen kann ich bauen. Dann stellen wir den mal her. Ofen, 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 Ofen. Schön. Aber dann kann ich eigentlich gerade weiter Steine sammeln. Du musst doch gleich wieder trinken, ey. Was ist denn Scheiße? Oh, ne Spinne. So, jetzt easy. Ja, fehlt's. Zack ist sie weg. Oh, 60 Seide. Was können wir mit der Seide nochmal machen? Keine Ahnung. Noch nix. Glaube ich. I'm carrying too much. Boah, das dauert ewig mit dem Ding hier. Ich brauch Leder, ey. Noch ne Spur. Jetzt Leder haben wir. Ja. Gleich mal. Blöde, wir haben hier nur so blöde Spinnen. Die rücken aber kein Leder raus, weißt du? Die Bitches. Krüppelndes Gift. Geh mal so'n Ofen bauen. Aber wir können ja ein paar... Menschen klatschen gehen. Die geben aber kein Leder. Also Tierhaut schmeißen Menschen Tierhaut? Ja. Echt? Stimmt, stimmt, stimmt. Da hab ich doch noch gesagt, das wär rassistisch. Wenn sie so'n Schwarzen umgekloppt haben und der... Ja. Warte mal, wie weit kann man denn dann hier in die Mitte rein? Ein Stück. Nehme ich mal gerade davor. Kann ich da ein bisschen drehen. So, das geht. Ich mach mich ganz weit nach hinten. Aber das müsste doch gehen. Okay. Ähm. Haben wir ein bisschen Leder, damit ich meine Picke reparieren kann. Ist kein Leder mehr drin. Hast du noch Leder? Ah, hab ich in die... In den Schmied gemacht. Gelegt. Können wir das mal. Okay. Für die Öfen. Wenn ich das jetzt repariere. Repair. Ah, jetzt wieder. Vier Leder hat das gebraucht, für einmal komplett voll zu reparieren. Jetzt haben wir wieder Steine. Der erste Ofen steht. So, dann bin ich auch schon wieder bei 200 Steinen. 300 Steine gleich. Sehr schön. 400 Steine. Alter. 10 Hits. Oder 8, 9 Hits. Und du hast 100 Steine zusammen. Aber wir brauchen ja über 2000 Steine, ey. So, einen Ofen können wir wieder bauen. Ich hab auch schon mal ein bisschen was aus dem Ofen genommen und da in den neuen Ofen geschmissen. Sehr gut. Hast du jod gemacht. Ich bin, äh, too much am Carrying. Wie bei Paragon. Ich carry too much. Kann mich nicht bewegen. Scheiße. So. Jetzt können wir weiter machen. So. 100 Steine haben wir wieder. Oben rennt eine Spinne. Egal, die ist weit weg. Ist geil mit den eckigen Fundamenten. Sieht gut aus. Will ich gleich mal gucken. Achso, bei den O... Bei den Öfen? Achso, ja. Das ist cool, gell? Boah, hättest du die Fundamente nicht ein bisschen höher machen können, damit da die Wiese nicht durchwächst? Achso, da hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Ah, ist ja egal. Da wächst halt ein bisschen Wiese durch. Da hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich wollte halt keine Stufe haben, weißt du? Ja. Aber ich bin wieder voll. Ich muss mal grad zurücklaufen. So, da geht meine Energie flöten. So, Ofen Nummer 2 können wir hinstellen. Wie viele Seiten haben wir denn? Vier? Jo. Also stellen wir den einfach mal gegenüber. Hättet ihr die auch näher aneinander stellen können, sehe ich grad. Ah, die Wiese wächst halt durch, ne? Ähm, wenn ich's mit der Picke mache auf dem Tier, dann gibt's mehr Haut, ne? Ja. Ich würd gern irgendwas cooles in die Mitte stellen, ne Säule oder so und dann ein Dach drüber. Das wär halt auch geil. Aber ich kann, glaub ich, keine, keine Steinsäule. Mach mal vier Steinsäulen. Ich glaub, man kann Steinsäulen nicht mittig platzieren. Man kann die aber hier hinstellen. Nein, lauf nicht weg. Oh fuck, ne, hier, ne? Oh, zwei. Wo bist du? Oh fuck. Ähm, schon gut. Alles, alles tot. Dann, äh, nimm die Haut mit. Mit Axt bitte mitnehmen. Also mit Axt schlagen, weil wir brauchen immer das scheiß Leder. Kräse. 140 Steine. Und das beginnt von vorn. Oh, bleib stehen, du Sau. Wo bist du denn hingelaufen? Nördlich. Nördlich? Ach, den Fluss hoch. Ah. Wie viel Steine hab ich? 500 jetzt? Keine Spinner. Oh, natürlich reicht der Stein nicht. Okay. Der dritte Ofen ist in der Mache. Gehen wir schon mal zurück und stellen den. Ah, ich seh dich, da läufst du ja. Das war mal ein Steak noch, damit wir mal schön bei Gesundheit bleiben. Also ich hab noch bald wieder ein Level. Ich hab jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte. So zwei Drittel fast. So, wir können jetzt auch acht, neun Leder herstellen. Sehr geil. Was ist denn mit den Antilopenköpfen? Die sind nur zur Deko da, oder? Ähm, die kannst du, wenn du Jäger gelernt hast, kannst du so Trophäen an die Wand hängen. Boah. Das passt. Sehr cool. So, einen Ofen brauchen wir noch. Oh, es wird wieder dunkel gerade. Ich mag diese Dunkelheit nicht. Die ist mir viel zu dunkel, die Dunkelheit. Das ist die dunkelste Dunkelheit, die ich je gesehen hab. Aber ich war ja mal in Afrika, ey. Wenn's da dunkel wird, alter. Dann ist aber... Da ist richtig dunkel, ey. Da siehst du gar nix mehr. Da waren wir abends in so einem Camp essen. Da sind dann auch überall so bewaffnete Schwarze umgelaufen. Wegen den Löwen und Wildtieren und sowas halt alles. Ey, das war so dunkel. Wir haben in so großen Zelten geschlafen. Also das waren jetzt nicht so Zelte, wie man vom Camping kennt, sondern halt ganz große Zelte. Mit Bett und Tisch und alles drin. Ähm. Von da aus mussten wir dann halt zu der Lodge gehen. Wo dann halt... Das waren halt so aus Holz gefertigte Häuser, sag ich mal. Und da war dann halt das Essen und das Buffet. Ey, und allein den Weg dahin zu finden. Ey, du hast fast nix gesehen. Du hast nur Fackeln gesehen. Aber wenn du in die Fackel geguckt hast, da war die Fackel gegenüber der Dunkelheit so hell, dass du nix mehr außenrum gesehen hast. Wie wenn dir jemand in der Dunkelheit mit der Tasche am Wind ins Gesicht leuchtet. So war das da. Richtig übel gewesen. Hast du Eisen abgebaut? Ähm. Momentan nicht, glaube ich. Okay. So, brauchst du noch. Ne, ich wollte noch mal was in den Ofen schmeißen. So, der letzte Ofen ist in der Mache. Jetzt können wir, jetzt können wir brutzeln, ey. Brutzler vom Wiesenhof. Ach cool, da gehen die Fackeln an. Das sieht cool aus. Halt doch nicht stehen, Püppchen. Blöde Wiese, die nervt mich ein bisschen jetzt. Jetzt, wo du es mir gesagt hast, am Anfang. Im Amor Bench ist jetzt auch ein Schritt für dich. Oh, sehr geil. Ich sehe das jetzt hier gar nicht. Es ist eins zu viel. Ich stelle mal Fackeln dafür her, die wir dann irgendwie da hinstellen können. Was brauchen wir denn dafür? Ich brauche da Kohle für, glaube ich. Kohle muss ich mir holen. Damit das schön beleuchtet ist. So, dann muss ich vier Fackeln herstellen. Eins, zwei, drei, vier. Und dann können wir Standfackeln herstellen. Da brauchen wir mal Äste für. Haben wir noch Äste? So, Spinnenseite haben wir hier. Das können wir mal, ey. Ich will kein Fleisch in den Ofen tun. So, zweite Fackel. Warten. Okay. So, haben wir das Richtige? Jo, vier Stück herstellen. Geile Hupe. So, acht. Aha. Habe ich noch eine Decke? Ich habe, glaube ich, irgendwo noch ein Deckenelement gehabt. Ich probiere mal, wie das aussieht, wenn man da eine Decke drüber baut. Gucken, wo ein Deckenelement ist. Irgendwo hatte ich, glaube ich, noch eins. Ne, nur noch ein normales Fundament. So, dann hole ich mir mal mein Metallschild ab. Wo ist denn das Metallschild? Amor Bench. So, neben... Wechsel mit Bench. Amor Bench. Ah, cool. Eisentage. Geile Hupe, ey. Ich muss aber auch mal ein bisschen Zeug loswerden hier. Guck mal, komm, ist der Lanze wieder da, sind die Kisten hier wieder voll und man kriegt nichts mehr los. So, in den Ofen Kohle rein, Eisen rein, eine rein. Hier ist gar nichts mehr drin, dann können wir den ausmachen. Eisen mitnehmen. Können wir auch ausmachen. So, was ist hier noch gemacht? Ist auch alles fertig. Würde den auch ausmachen. Ja, jetzt haben wir nichts mehr, jetzt haben wir Öfen gebaut, da haben wir aber nichts mehr für in die Öfen rein. Ja, kommt jetzt mit der Zeit. Hauptsache wir haben jetzt, wenn wir schnell Sachen brauchen, können wir sie ja in allen Öfen einfach verteilen. So, wie ist der Plan, was machen wir? Ich habe jetzt alles hier aus Eisen, ich wollte ja noch, äh, Picke und sowas, hast du alles nichts mehr, ne? Ich habe mir jetzt eine Eisenpicke hergestellt, jetzt kriege ich noch die Eisenachse. Ja, das kann ich auch. Oh, sehr schön. Dann kannst du das ja für dich dann noch machen. Und was mache ich? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne mal wissen, was man mit Samen macht, ohne Scheiß. Hast du das denn schon mal versucht, das irgendwo irgendwie einzupflanzen? Ich glaube nicht, dass man irgendwie einpflanzen kann, einfach so. Hier haben wir noch dickes Leder. Da haben wir ja noch, äh, Vergerbern hier. Wir haben keine Rinde mehr. Wieso haben wir keine Rinde mehr? Müssen wir aber erstmal ein normales Leder draus herstellen. Habe ich die Rinde weggetan? Kommentar, denn das heilt und das spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsproben.